Ups. Ups. Verkückt. Hm, das könnte knapp werden. Aber findest du da ja ein kleines Medipack. Ja. Ich bin wieder zurück. Wie sie sich schon nach oben aufstellen darf. Sie macht sich halt schon steif. Wahrscheinlich damit sie die Strömung schneller mithuschen kann. Wahrscheinlich weil es extrem knapp am Essen ist, ja. Mhm. Wahrscheinlich brauchen wir deswegen auch das Medipack, weil es mit Medipack beschriftet, äh, bedingst ist. Mh. Mh. Bedingst. Bedingst find ich gut. Okay, das schaffste aber. Ne. Doch, ist knapp, aber das schaffste. Mit ein bisschen Schaden. Guck mal, Hechtrolle und dann zurück. Hechtrolle und dann zurück. Hechtrolle und dann zurück. Ja. Oh, okay. Das wird aber auch knapp. Mhm. Schauen wir nicht. Ja gut, okay. Aber zwar wenn ich sie nicht gleich stelle. Guckt sie euch an. Wie ist da voll rumlungert. Mhm. Ich muss da mal was machen. Tauern für dein Geld! Oh, 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 oh! Wo ist's? Mhm. Ach so, Luft holen. Dann tauchen. Tauchen. Dann ziehen. Dann weiter tauchen. Dann hechten. Hechten ist schön. Schwimmst du schon? Oh. Vielleicht muss ich das Medipack auslassen. Eine so zwei, drei Medipacks haben wir ja. Ich will das nicht auslassen. Ich will das Medipack. Ich meine, Fehlzeit kostet's aber nicht. So vom Sauerstoffgehalt her. So vom Sauerstoffgehalt her. Kannst ja gleich noch machen vielleicht. Ach, du kannst mal, du kannst mal einen Job machen. Wie kann sie atmen? Wieso stöhnt sie? Alter. Hätten da ruhig mal einen großen Medipack hinschmeißen können. Dann wär's wenigstens so ein bisschen andere als hier gewesen. Dann wär's jetzt wieder zugegangen, während ich ausgerüstet habe. Mhm. Dann wär's jetzt wieder zugegangen, während ich ausgerüstet habe. Die Menschen sind in der Fluss, wo sie leer sind. Dann wär's einfach nicht zugegangen. So was ich dann gleich in der Fluss also dasselbe. Ich will das natürlich in der Fluss schon mal ein wenig dẫn, wo sie in der Fluss. Wenn es nachher geht, dann wird das eine Fluss. Wie kann man den Fluss erstellen? Da muss man nicht verdammt schnell sein. Speichern? Mhm. Finde ich gut. Als gute Idee. Okay, wo war das denn? Keine Ahnung. Irgendwo hier auf der Map. Ungefallene Wurst. Schöner, ein kühlen Duftzug. Was haben wir verpasst? Ach so. Das wird da draußen irgendwo sein. Ich vermute, wir müssen hier den Helm wieder runter machen. Oh, meinst du? Ach so, damit wir da weiter hochkommen. Und dann dadurch, tja, das könnte sein. Blub. Mhm. Ups. Wie der Köln mit hochschwimmt. Ich fange aus, dass ich keinen Luft holen kann. Nope. Tschüss. Naja, aber ist nicht die Luke denn oben irgendwo, hier in diesem Raum? Ach so. Wir können uns ja gleich nochmal umgucken. Hm. Hm. Na, dick Bauch? Gar nicht. Da, oder? Ja. Tatsächlich da. Ist es noch offen oder geht es auf Zeit? Äh. Keine Ahnung. Oh nein. Ich kann es nicht erkennen. Oh nein, Herr Sprecher. Dein Koi ist im Weg. Hier. Mhm. Ja. Nee, ist offen. Ach, ist gut. Chill doch. Ist alles gut. Oh Gott. Da liegt was. Da wartet bestimmt der Endgegner auf dich. Mhm. Bestimmt. Wie so oft. Oh, noch ein Koi. Oh. Und oben liegt eine Leiche. Und oben liegt eine Leiche. Oh, die kann doch nicht weg. Schön, dass man bei dem Wetter überall klebt. Mhm. Mhm. Ja. Sei froh, dass ich keinen Lederstuhl habe. Ist das das Ding, was wir liegen gelassen haben? Oh ja. Kannst du nicht da aus dem Gitter so popeln? Guck mal, ist doch eigentlich an der Decke. Ich liebe diese Gif. Mhm. Die sich mitdrehen. Na, dicke. Ja, Frauchen ist noch da. Hast du richtig erkannt? Ja. Ich hab schon so oft geschlafen. So lange ist sie schon da. Ich? Jawohl. Oh, oh. Mhm. Mhm. Speichern. Ich sehe nicht mal, wo es einen Ausweg geben könnte. Mhm. Speichern. Nicht lang. Bestimmt hättest du dich da wieder festhalten müssen. Deine fünf weiteren Drachen zu kriegen. Oh, was gibt'n da? Ach, oh. Ich dachte gerade der goldene Drache. Mimmst du den vielleicht nochmal? Danke. Bitte. Ach so, Puppe. Aha. Mhm. Ah. Und wieder am Anfang. Danke. Ja und damit hallo und herzlich willkommen. Wie der Scham. No? Achja, die Maske einsetzen. Ach ne, haben wir schon. Ne, haben wir schon. Du hast nen Schlüssel. Für wo denn? Ja, keiner da. Keiner da! Nö. 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 Ne, oder? Nö. Wollen wir was anderes spielen? Hm? Hm? Ich hab's nicht ganz verstanden. Machst du jetzt Speedboxen, ja? Was ist das denn? Da ist einfach rausgekommen. Oder? Achja. Glaub ich. Deine Keus. Die haben sie mit rausgespielt. Aha, guck mal. Guck mal da. Boah, stell dir vor, so müsstest du dir jeden Tag deinen Wohnungschlüssel holen. Guck mal raus, du bist raus. Guck mal raus. Guck mal raus. Ich hab schon Kopfschmerzen von raus. Guck mal raus. Mach doch nie so was. Mach ich ja nicht, aber du. Guck mal raus. Ich füll dich gleich richtig ab, so. Hä? Guck mal raus. Guck mal raus. Na gut, danach hast du dann wahrscheinlich auch Kopfschmerzen. Von dir immer. Mal gucken, was kann ich noch hier reinmischen? Wie ist es bald an? Soll ich noch eine reinstellen oder lieber Wasser? Wasser. Nein! Ja, der lutscht ein Koi an dir. Ich dachte gerade, ich tritt auf den Hund. Das ist zwar ein Hund, aber ein Stoffhund. Ich habe dich eingeschmiert. Was hast du so gut gemacht? Gibt es da keinen Ausweg mehr? Ich habe sie nicht gefunden. Vermutlich hier. Aber es ist zu spät. Es ist nie zu spät. Siehst du? Es ist nie zu spät für einen Neuanfang, siehst du? Sie geht in den Himmel. Neuanfang. Ich stelle das nicht darin, das ist gefährlich. Ja, ich weiß, aber ich will dir nicht hier so quer rüber greifen. Ansonsten wird es für mich gefährlich. Da, bitte was? Ach Gott, da bist du. Wie du die Fackel gleich wegschmeißt. Oh mein Gott, die Wand kommt! Ähm, ah, okay. Ich dachte, du kannst dich noch festhalten. Wie du einfach rausgeschmissen wirst, ne? Mhm. Unhöflich. Du bist dich! So unhöflich. Du bist wieder unter Frauchen. Gib mir dein Schlappohr. Mann, du fummelt nicht so viel. Mann, du fummelt nicht so viel. Ich würde dich ja hochnehmen, aber Herrchen bist du zu warm. Und mir bist du zu zappelig. Und Emilie lächelt dich schon wieder an. Hufus. Willst du mal Frauchen guten Tag sagen? Ich meine, hast du jetzt schon dreimal geschlafen. Wer von euch hat gefurzt? Entschuldigung. Nein. Hm? Hm? Ja, wer wandelt von euch? Verprügel meinen Stuhl nicht. Achte auf deine Rute. Schmatzi. Bärtiger. Bärtiger Süßbärt. Kleine Süßwurst. Ich bin eine Süßwurst. Ja, das bist du so eine Süßwurst. Ja, das bist du. Das bist du. Du bist so Süßbär. Ja, das bist du. Oh, ja, das bist du. Oh, du zerkratzt mir die Schulter. Das ist gar kein Problem. Das ist gar kein Problem. Das ist gar kein Problem. Ja. Das ist richtig. Warum ist Hundi? Oh, und du musst zugucken, ne? Du musst zugucken. Oh, Amy. Na komm her. Na komm doch. Komm. Komm. Komm mit Schuss. Komm, Minion. Komm her, Minion. Komm her, Minion. Komplette Skalier. Hier ist das 91. als siehst du deutsche Fernsehen. Ja, da freust du dich, ne? Kleine Pupswurst. Ja, jetzt habe ich von der Schokolade weg. Was ist los? Alles gut? Ja, was. Ja, was. Ja, was. Kannst du auch nicht schießen, ne? Kannst du auch nicht schießen, ne? Kacka. Und jetzt? Kopf ablegen und jetzt ist Juke, ne? Na komm. Komm. Fein. Hund. Ist richtig. Glaub ich. Also buchst und so. Ganz viel Dackelhaut kneten, ne? Hm. Ja, ausgereicht einen getrunken Astero. Gut. Muss ich ja nicht meckern. Ja. Ein warmes Trich. Ein warmes Trich. Willst du runter? Willst du runter? Ja? Na komm. Nicht einfach loszappeln, wenn ich dich hochhebe. Ist der blöd. Er ist noch klein. Ist keine Ausrede. Der kennt seine eigene Kraft nicht. Oh ja, stimmt. Das Ding hast du ja. Brauchst du dafür genauso viel Schuss wie für einen Taucher? Ist ja Wahnsinn. Hm. Nee, für Taucher brauche ich mehr, oder? Vielleicht? Nee, das ist lustig. Du kannst du nicht verkaufen. Du kannst ja nichts noch anbieten. Ich hab's nicht gemerkt. Ich hab's nicht gemerkt. Ich glaube, diese Folgen hier wären Ventilator, ASMR. Gesundheit. Oh, 10. Das sieht ganz gut aus. Bist du reich? Mhm. Mach das aber nicht das nächste Mal, wenn du einen Koi siehst. Doch. Dann hole ich meine Kamera und dann wird die shootet. Ich? Doch. Du siehst du. Da blubberst du. Ja, ich wollte gerade sagen, was blubbert denn da? Oh. Ah. Meine Flair. Oh. Oh. Oh, ah. Ich dachte gerade, der Hund sagt was. Was ist das hier im Spiel? Das Geflüster. Sieht vertrauenswürdig aus. Ja, ne? Finde ich gut. Passen zu Halloween. Warte. Das ist ja noch nicht. Warum? Da muss man da hochkommen. Hm. Ja gut, okay. Hier im Spiel, da frage ich auch gar nicht mehr warum und hä? Warum noch mal gucken. Die haben schon so viel übersehen, ne? Mhm. Aber auch Sachen, die du wirklich wissen musst, ne? Tja. Ich möchte nicht wissen, wie viele Drachen wir hier schon wieder übersehen haben. Zwei. Einen haben wir ja. Wenn das mal reicht. Wahrscheinlich sogar vier. Ne, wir haben ja zwei, den Silbernen haben wir doch auch schon aus diesem Lava-Ding geholt. Haben wir, ja? Ja, wo ich einmal ins Lava runtergefallen bin. Oh. Stimmt, ich erinnere mich. Ob das noch so eine Zwischenebene war. Ich erinnere. Ich wollte gerade sagen, da kommen bestimmt Spindchen. Sie hat ihre Waffe nicht gezogen. Kann sie nicht rückwärts laufen und ne Waffe ziehen? Ich bin nicht multitaskingfähig. Auf allem seit wann machen Spinnen solche Geräusche? Die sind matschige Spinnen. Es ist wichtig, glaube ich zu nehmen. Wenn, nicest, sehr? Vielen Dank.